So ein Tänzer, das muss ein ganzes Jahr verlieren, ist ein Auftrag. Weil unsere Karriere kann sehr lang sein und kann sehr kurz sein. Das bedeutet, wir haben keine Zeit zu verlieren. Und dass wir fast ein ganzes Jahr haben, dass man ein Training in der Küche oder in der Schlafzimmer hat. Ich habe sehr lange Zeit, dass ich gar nicht zu spielen. Aber ich denke, dass es für den Artikel zu sein muss. Ich denke, dass es sehr schlecht ist. Es einfach zu machen. Es ist sehr schrecklich. Es ist sehr schrecklich. Es ist sehr schrecklich. Ich denke, dass ein Tänzer nicht in einem Tänzer sein muss, dass ein Tänzer nicht in einem Tänzer sein muss. Für den Bailerin und für den Artikel. Ich denke, dass die Tänzer sehr schwer sind. Und sie müssen immer weiter arbeiten. Das ist sehr schwierig, wenn man nicht weiß, was für. wenn man nicht performt kann. Aber ich wünsche, dass die Tänzer nicht mehr und mehr in Liebe mit der Tänzer sein muss. So dass sie immer weiter arbeiten können, bis diese Tänzer nicht besser werden. Das wird passieren. Das ist passagier. Aber es bedeutet nicht, dass wir jetzt keine Angst und Angst haben. Es ist wichtig, dass die Tänzer machen. Die Tänzer machen die Tänzer. Und die Tänzer weiterhin kämpfen. Die Tänzer und die Tänzer haben. Die Tänzer haben einfach eine Sache. Kopf. Kopf ist das Wichtigste. Kopf kann uns kaputt machen. Man darf nicht deprimiert werden. Man darf nicht die Hoffnung verloren. Das kommt alles. Und wir müssen in dieser Zeit dann viel arbeiten und lernen, dass wenn die Corona vorbei ist, dass man sagt Ciao Corona, dann ist man bereit und besser als wir vorher waren. vielleicht physisch ist es schwierig, so gut zu sein, wie man war, wenn man jeden Tag auf der Bühne tanzt. Aber das kommt zurück, wenn man will. Das ist wichtig. Das ist wichtig. Aber das ist für jeden Menschen mit Corona, ohne Corona. Man muss immer sagen, Dankeschön für was ich habe. Dankeschön für alles, was ich alles gehabt habe. Und Dankeschön für alle, das kommt noch. Danke. 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 Danke.